Ja hallo Leute, hier ist wieder der Spoonie und ich habe hier ein kleines Update Video für euch. Verzeiht mir nochmal, wenn ich vielleicht ein bisschen müde klinge, ich habe gerade eine Nacht durchgemacht. Und ja, ich wollte euch einfach nur mal ein paar Informationen zu meinem Channel und die Veränderungen darin bringen. Zum einen wäre das, ich fange bald an Minecraft zu spielen, ich suche derzeit noch die richtigen Partner dafür, beziehungsweise das richtige Projekt. Ansonsten hoffe ich, das zieht sich da nicht so lange hin, die Suche und ich kann dann schnell damit anfangen. Des Weiteren habe ich gestern auch meinen ersten Livestream gemacht und es ist natürlich wieder was richtig zufälliges passiert. Ich habe mit dem Herrn Ungespielt, mit dem Simon mal zusammen spielen dürfen. Der Simon beziehungsweise Ungespielt ist ein sehr großer deutscher YouTuber und ich muss sagen, sein Charakter hat mir echt gefallen. Werft doch mal einfach einen Blick auf seinen Kanal, ich kann ihn nur empfehlen, er ist wirklich ein ziemlich cooler Typ. Ansonsten was die Livestreams betrifft, ich mache jetzt in meiner Zeit noch einen. Müsst ihr mal schauen, ob der Livestream bei euch noch online ist, wenn ihr das Video guckt. Ich werde Minecraft Hunger Games livestreamen und einige Minigames auch, vielleicht auch ein bisschen Vanilla im Singleplayer Modus. Und an sich war es das eigentlich schon. Ich danke euch fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, einfach mal liken das Video oder wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und reingehauen.